Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Portal 2, aber nicht der normale Story-Modus, sondern die Community-Test-Kammer. Ich will direkt aufzukommen, also Einzelspieler-Kammer und wir machen ein schnelles Spiel. Nehmen wir einfach mal mit zu den Beliebten und wir sehen uns sofort in der Map. Okay, die Map nennt sich Multi-Layer-Fall. Keine Ahnung, ich habe sie noch nie gesehen, glaube ich. Ich habe sie noch nicht gesehen, dass ich einen K-Kaue habe. Ich bin für die Welt und der Erde. Ich bin in der Zukunft. Ich bin... Hold'o. Was? Okay, mein Stift, Gregg, sagt mir, dass das nichts. Ich bin gespannt. Du bist der erste K-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer. Still langsam, aber auch. Du solltesten sehen eine T-Kammer-Kammer-Kammer in fronte von dir. Okay, ähm, ich kenn die Map nicht. In dem Fall komm ich so wieder nach oben. Halbwegs nach oben. Bringt das? Bringt nichts. Okay, also ich hab das vor, so jetzt als kleines Projekt für Zwischen durchzumachen. So, hier kann ich jetzt. Dann starten wir. Ich, hallo? Sehe ich da? Hallo? Ich bin grad auf extrem vorsichtig getrimmt. Sorry. Aua. Ich weiß, Portal ist schon ein uraltes Spiel. Aber ich hab gesehen, es gibt so unfassbar viele Community Maps. Und ich hab grad richtig Bock auf Portal wiederbekommen. Und Portal wird halt einfach nicht langweilig. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal wiedersehen. Würde ich mal stark behaupten. Gut. Dich darf ich jetzt aber da drauf setzen. Hier könnte ich den gebrauchen. Ach, du Kacke. Ja, gut. Portal. Haben wir da drin ein Portal. Dann schnapp ich mir. Schnapp ich mir dich. Falsche Richtung. Natürlich ist es ja logisch, dass es die falsche Richtung ist. Lass dir meine Wut an den Turrets aus. Muss da rein? Ach so. Gut. Das macht Sinn. Ich hoffe, die bleiben aktiviert. Ach, das spüren wir ein klein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist. Werde ich hier im Nachhinein sehen. Auf jeden Fall sah das extrem laut aus. Mit dem Cube geht's raus. Aber was bringt das? Bleibt das Tor jetzt hier offen? Nee. Ach, dann darf ich jetzt hier runter. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber super. Hier hätte ich wahrscheinlich nie Cube gebraucht. Turret? Nee, Laser. Komm her, du. Das muss nach der Links. What the fuck? Weißt du, jetzt darf ich hier aber den Ball auffangen. Hopp. Den hab ich. Ach, Junge. Okay. Jetzt ist das Ding hier aktiviert. Und ich darf nach oben. Wahrscheinlich nach ganz oben. Dann hab ich's geschafft. Hoffe ich mal. Ich glaub es. Okay, ich bin oben. Und der Ball ist auch noch da. Das ist gut. Der Muster hin. Oh Gott, hier ist Exit. Ich hab's geschafft. Ich fand die gut. Ich würd sagen, wir gehen direkt zur nächsten Testkammer. Cave Johnson's Spares. Keine Ahnung. Ich kann Spares nicht aussprechen. Kugeln. Ging relativ schnell. Okay. Kein Text oder so. Ähm, ja. Gut. Da kann ich irgendwas reinsetzen. Da kann ich ein Portal dran schießen. Da hinten kann ich eins dran schießen. Okay. Dann hab ich immer noch keine Ahnung, was ich hier mache. What's my purpose? Was soll ich machen? Da kann ich ein Portal dran schießen. Dass mir einfach nichts bringt. Yay. Okay. Ich muss da hinten definitiv hin. Da oben ist einfach ein Gitter vor. Da kann ich nicht einfach so durch. Naja, es geht da. Ähm. Ja. Was hab ich jetzt hier gedrückt? Damit hab ich da hinten irgendwas aktiviert. Ah, okay. Da ist jetzt eine Kugel zwischen. Sache ist... Was kann ich jetzt damit machen? Warte. Hier ist auch eine Kugel. Wieso ist es jetzt eine Kugel? Kann ich die wegnehmen? Okay. Gut. Ich hab ne Idee. Das sind Elemente, die hat man so im normalen Spiel nie gehabt. Das ist nice. Auch diese lila Streifen. Die gab's vorher nicht. Wenn ich Wege abkürzen kann, dann mach ich das auch bezüglich Schneiden. Da rechts kann ich auch noch was rein platzieren. Da könnte ich so ne Kugel zum Beispiel reinsetzen. Ansonsten... Kann ich was? Nein. Nein, 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 nein. Abbrechen, abbrechen. Fuck. Das wollte ich nicht. Ach, Mano. Ich muss jetzt nicht alles wieder neu... Ja doch, natürlich. Ah, genial. Also, wir haben jetzt das Teil da oben. Ich schnapp' ich mir. Die Frage, was soll ich damit machen? Da hinten muss es irgendwie hin. Heißt... Ich sollte mal gucken, dass ich mich da vorne wieder hinstelle. Hier hinstellen. Da schnappen. Was ist da... Och, Mann. Der muss aktiviert sein. Also, brauche ich den. Dann schnappe ich mir den einmal eben. Alter, ich bin zu schlau. Jetzt habe ich aber einen neuen Plan. Ich hoffe mal, dass er funktioniert. Denn ich will nochmal nach da unten. Von da aus. Das heißt... Ne, warte. Das passt, das passt, das passt. Damit kann ich mich jetzt da rüberschleudern. Ich glaube, das Ding. Gut, der ist da denn. Da, da, da. Ha, et voilà. Es hat funktioniert. Ah, wunderbar. Es hat funktioniert. Das war auch ganz cool. Ja. Also, Leute. Ich hoffe mal, euch gefällt so eine kleine Miniserie. Was heißt Miniserie? Gucken, so wie ich Bock habe, mache ich das. Neben Streams. Weil Portal habe ich immer Bock. Und es gibt mehr als genug Portal Maps. Also, ja, bis dann. Und Tschüss.